Let's Fets heißt das. Ja, und zwar waren wir auf der Metanoog-Überraschung. Und das Capture the Flag Team hatte so ein cooles kleines Device, was man da unten sieht. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Keep Talking and Nobody Explodes ist ein Spiel, wo man zusammen eine Bombe entschärfen muss. Ich habe hier einen wunderschönen Trailer von... Oh mein Gott. So, sehr, sehr lustiges Spiel, macht super viel Spaß. Gibt es aktuell halt als PC- oder VR-Spiel von Keep Talking direkt. Und auch diverse selbstgebaute Hardware-Devices, wie zum Beispiel dieses nette Ding. Ich könnte euch vielleicht vorstellen, wo ich dieses Folien-Design geklaut habe. Von dem Capture the Flag Team. Das war da so aufgebaut. Es gab eine Trennwand und zwei Teams. Die einen hatten die... Also die konnten sich gegenseitig nicht sehen. Die einen hatten die Bombe und mussten dann sagen, diese LED leuchtet, das leuchtet nicht, das sehe ich. Und die anderen mussten dann in einem so dicken PDF nachgucken, was die eigentlich tun sollen. Das hat super viel Spaß gemacht. Und wir haben uns gedacht, das wollen wir auch machen. Haben uns die ganzen Dateien von denen geklaut oder genommen. Und wollten die nachbauen und haben dann beim Durchgucken gemerkt, okay, eigentlich wollen wir alles anders machen. Und zwar wollen wir ein modulares Gehäuse machen, wo man dann verschiedene Spiele an- und abschrauben kann. Wo man dann auch verschiedene Schwierigkeitsstufen machen kann. Und wir wollen das Ganze als Würfel machen. Wir haben uns dann getroffen, haben das Ganze aus Pappe zusammengeklebt. Ist quasi fertig, müsste man halt mal zusammengebaut sehen. Wir haben vor, einen Anuram runterzubauen, um da dann eben direkt mit Konnektoren die einzelnen Module raufzusetzen. Wie soll das Ganze kommunizieren? Wir haben uns überlegt, wir nehmen einen Kanbos, weil mit dem haben wir jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt über den Roboter. Ja, ist das Overkill, aber weil wir es können. Als Haupteinheit dient ein ESP32 und da steht jetzt noch die Bluepill drauf. Wir haben mittlerweile schon wieder was anderes, was wir als Modulkontroller nehmen. Ja, gut. Dann unsere Module, die wir uns ausgedacht haben. Einmal die Haupteinheit, hat einfach einen Countdown, braucht jede gute Bombe. Wenn sie abgelaufen ist, macht es bumm. Ein Display mit einem NFC-Reader. Und zwar haben wir bei uns im Lab so Mitgliedskarten, die per NFC gelesen werden, sodass wir dann direkt Highscores anzeigen können. Eine kleine LED-Bar, wo dann der Status angezeigt werden kann. Und ein Schlüsselschalter, über den die Schwierigkeiten eingestellt werden können. So, das ist unser Alarm. Und zwar geht so alle, ja, paar Sekunden, nein, alle ein bis zwei Minuten geht irgendwie so ein Alarm los, der erst gelöst werden muss, bevor man das Rätsel weitermachen kann. Da haben wir einfach so Tresor-Endlos-Putis, wo man ein bestimmtes Muster einstellen muss, damit man den wieder deaktiviert. Wir haben ein Labyrinth, wo man entweder über die Knopfe oder in der schwierigeren Stufe per Gyrosensor verschiedene Pixel an- und ausschalten muss. Dann auch wieder der Supervisor muss einem dann sagen, welches Muster man am Ende einstellen muss. Wir haben ein super cooles Kabelspiel mit Öffnen der Klappe, wo dann verschiedene Stecker zusammengesteckt sind, die man dann abziehen oder anziehen, zusammenstecken muss. Und sobald man diese Klappe schließt, ist dann das Rätsel gelöst oder eben nicht. Hier haben wir uns ein wunderschönes Binary-Spiel ausgedacht, wo wir einfach zellulären Automaten im Hintergrund haben, wo wir verschiedene LEDs ein- und ausschalten müssen mit weniger Switchs als LEDs. Ja, dann haben wir schon ein optionales Modul, und zwar das Mercy-Modul. Bei uns haben wir einen, der hat einen wunderschönen Vollbart. Leider habe ich noch kein Foto gehabt, deswegen unsere wunderschöne Zeichnung. In diesem Bart wollen wir einen heißen Draht verbauen, wo man von A nach B mit irgendeinem Ring oder so gehen muss. Und währenddessen sind die ganze Zeit Stimmaufnahmen von ihm. Ah, nein, aua, aua. Und er kann das halt richtig gut. Wer von euch Marcel kennt, das wird das coolste Modul überhaupt. Da freue ich mich schon drauf. Gut, unsere Exploding-Crew. André ist auch dabei, wie ihr seht. Ich bin tatsächlich schneller als gedacht. Hammer. Das heißt, keep talking and nobody explodes. Okay. Danke. 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 Vielen Dank.